Guten Morgen, heute ist mein Bad Hair Day, wie ihr an meiner Mütze seht. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medical Service GmbH und möchte euch eine weitere Übung von Vitamin Grün und Du Deine Beste Medizin zeigen. Heute machen wir was Anspruchsvolleres. Es ist nämlich die liegende Acht. Es ist hier auf der Rückseite dieser Karte wunderbar erklärt. Man kann es im Sitzen machen, im Stehen machen und man muss sich dabei sehr schön bewegen. Also jetzt wird es mir langsam zu nass, es fängt stärker an zu regnen. Ich gehe jetzt mal rein und mache meine liegende Acht da weiter und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.